Das ist Rocco Parente. Er arbeitet als Hausdienstmitarbeiter seit vier Jahren im Kanton Bärm. Hallo Rocco, schön bist du da. Du hast einen Gegenstand mitgebracht. Ja genau. Ich habe ein Multitool-Werkzeug mitgebracht. Es sieht aus wie ein grosses Sackmesser. Man kann damit die Tür öffnen, eine Schraube anziehen und es hat alle Zangen. Ich trage es am Hosengurt und habe so für fast jedes Problem das richtige Kit griffbereit. Rocco, wieso ist der Job richtig für dich? Mein Job als Hausdienstmitarbeiter ist sehr abwechslungsreich. Wir sind zuständig für den Unterhalt und die Sicherheit von mehreren Gebäuden und von diversen Büroräumlichkeiten. Wir sorgen für genug Licht, warme Büros und sind verantwortlich, dass in jedem Büro das richtige Büromobiljahr steht. Wie viele Büroarbeitsplätze hast du im letzten Jahr gezögelt? Sehr viele. Ich schätze, es sind so um die 80 Büroarbeitsplätze pro Jahr. Egal wie gross der Umzug war oder wie kurzfristig er durchgeführt wurde, bis jetzt haben alle Mitarbeitenden rechtzeitig am Arbeitsplatz weiterarbeiten können. Wir arbeiten eng mit dem KJ zusammen. Sie sind für den Umzug der IT-Infrastruktur zuständig und wir kümmern uns um das Büromobiljahr. Es ist eine sehr dankbare Aufgabe. Die Wertschätzung der Mitarbeitenden ist immer spürbar. Was schätzt du besonders am Arbeitgeber Kanton Bern? Das flexible Arbeiten. Ich habe das Job und das Privatleben einfacher geplant. Beim Kanton Bern wird diese Flexibilität auch tatsächlich gelebt. Ich spüre eine grosse Wertschätzung von meinem Arbeitgeber. Und ich muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich kurzfristig die Betreuung meiner Kinder übernehmen muss. Danke euch! Tschüss! Das waren drei Fragen an Rocco Parente, Mitarbeiter des Hausdienstes im Kanton Bern. Das waren drei Fragen an Rocco Parente, Mitarbeiter des Hausdienstes im Kanton Bern. Sie sind... Sorry. Ah, nein, ist nicht gut. Um die 80 Büroarbeitsplätze... Ah, sorry, haben wir schon wieder... Das war's.